Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, manchmal muss man gar keine Rede zum Thema ausarbeiten, man muss hier nur sitzen und ein bisschen zuhören, dann schreibt man sich ein paar Dinge auf und dann fängt man erst mal an zu antworten auf das, was hier teilweise von sich gegeben wurde. Da kommt Frau Gebauer von der CDU und erzählt etwas darüber, dass das Alter nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Ja, genau. Das ist aber nicht das Problem, um das es hier geht. Denn was zweifelsfrei festgestellt werden kann, ist, ob jemand volljährig ist, wenn er volljährig ist, zumindest schon über ein gewisses Maß hinaus. Und genau darum geht es. Es geht beispielsweise darum, sogenannte Einzelfälle zu verhindern, wie die des Mörders von Freiburg, Hussein Kavari. Der wurde nämlich unter Ihren Augenscheinnahme als 16-Jähriger eingeschätzt und ist in Wirklichkeit 33 Jahre. Also kommen Sie mir nicht mit der halbwegs zuverlässigen Ihren Augenscheinnahme, da ist gar nichts zuverlässig. Denn das Beispiel Saarland, in dem übrigens eine große Koalition regiert, was ja dann scheinbar nach Ihrer Ansicht nichts taugt, das Beispiel Saarland zeigt ganz eindeutig, dass nach der medizinischen Prüfung der Altersfeststellung über 50 Prozent derjenigen, die sich als minderjährige Flüchtlinge ausgegeben haben, gar nicht minderjährig sind. Und Frau Eimertz, Sie sprechen von der Menschenwürde, wenn es um medizinische Untersuchungen zur Feststellung des Alters und der Volljährigkeit geht. Wo ist denn die Menschenwürde derjenigen, die einen Behindertenausweis beantragen und dementsprechend medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen? Haben die keine Menschenwürde, werden die dann erst mal nicht unter Generalverdacht gestellt. Selbstverständlich werden sie es, weil sie nachweisen müssen, wenn sie Leistungen bekommen wollen. Und genauso, Herr Yetim, geht es mir mit Ihren Aussagen des Generalverdachts. Er ist schon gar nicht mehr... Ach, doch, Sie sind da, Entschuldigung. Herr Yetim, wir hatten früher in diesem Land mal Passkontrollen. Jeder, der reinkam, musste nachweisen, wer er ist, wie alt er ist und woher er kommt. Das heißt, jeder stand zunächst einmal an der Grenze unter Generalverdacht. Selbstverständlich. Weil ich als derjenige, der in dieses Land kommt, muss nachweisen, wer ich bin, woher ich komme und wie alt ich bin. Und wenn ich das nicht nachweisen kann, dann habe ich daran mitzuwirken bzw. die Feststellung zuzulassen. Und wenn Sie behaupten, Herr Yetim, dass wir unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Kostenfaktor betrachten, dann muss ich Sie enttäuschen. Als Kostenfaktor betrachten wir Menschen, die vorgeben, minderjährig zu sein und nicht diejenigen, die tatsächlich minderjährig sind. Das ist ein bedeutender Unterschied. Und dementsprechend, meine Damen und Herren, der vier Fraktionen haben Sie ein ganz großes Problem. Und das ist Ihr tatsächliches Problem. Seit Jahren wissen alle, dass eine große Zahl derjenigen, die hier hinkommen und sagen, sie seien minderjährig, eben nicht minderjährig sind. Und weil es seit Jahren alle wissen, wollen Sie es seit Jahren nicht wissen. Das ist Ihr Problem, meine Damen und Herren. Und deswegen wehren Sie sich dagegen. Und in diesem Sinne halte ich es mit Frau Nahles. Der Staat darf sich nicht betrügen lassen. Sie hingegen wollen sich belügen lassen.